Patientenverfügungen sollten auffindbar sein, überhaupt erstellt werden. Man sollte darüber sprechen, am besten mit demjenigen, der sie im Anschluss durchfechten soll und muss, möglicherweise vertreten muss gegenüber Krankenhäusern, Ärzten. Und deswegen ist der Dialog so wichtig und deswegen ist so wichtig, dass wir sie im Prozess erstellen und auch implementieren, dass alle Bescheid wissen. Und wir haben uns mit unserem Konzept da eben auf den Weg gemacht, entsprechende Gesprächsbegleiter zu schulen, um genau das auf den Weg zu bringen.